Das gibt eine Abrechnung. Wir sollten das endlich beenden. Du wirst niemals meine Erlaubnis bekommen. Wo ist sie? Nein, mach schon! Ihr müsst gehen. Sheriff, sie müssen meiner Tochter helfen. Aufladen. Dann mal weiter. Glaubst du, sie verfolgen uns? Kein Spiel. Es war klug, zum Sheriff zu gehen. Wir sorgen für Gerechtigkeit. Meine Männer und ich wollen den Jungen lebens. Also wenn ihr wegen irgendeines Rachefeldzugs hier seid, wird das die Dinge komplizierter machen? Kapiert? Ich werde ihn finden. Und du kannst jedes Stück von ihm haben, wenn ich fertig bin. Kapiert? Du verlierst hier die Kontrolle, Sheriff. Mach das nicht nochmal! Ich liebe dich. Eure Pferde tragen den Geruch des Todes, weil ihr durch die Wüste marschiert wie kleine Kinder. Alles Männer, die ihre Gesetze auf fremdem Land durchsetzen wollen. Ich bin es leid. So läuft das nicht. Aber auf den Tod folgt kein Frieden, oder? Ich bin es leid. 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 Untertitelung des ZDF, 2020